So Freunde, nachdem wir bereits den Kukirin G3 getestet haben, ist heute der Kukirin G4 dran. Den packe ich jetzt aus, dann gucken wir uns die wichtigsten Ecknahten an und dann geht es gemeinsam aufs Tempo vor Feld. Dann checken wir mal die Höchstgeschwindigkeit. Freunde, fünf Minuten später steht unser Kukirin G4 und das sieht mal gut aus hier. In dem Grau, Schwarz, Orange. Gefällt mir richtig gut. Lieferumfang ist wieder eine Tasche dabei. Ein Toolset, das versteckt sich irgendwo hier drin. Ihr hört es ja schon klappern. Dann gibt es dann klar wieder eine Bedienungsanleitung. Das kannst du sogar auf Deutsch. Und ein Ladegerät gibt es auch. Genauso wie zwei Schlüssel. Das ist schon mal der Unterschied zum G3. Hier haben wir jetzt nämlich ein 60 Volt System verbaut mit 20 Amperestunden. Geladen wird mit 2 Ampere. Zehn Stunden ist die Ladezeit. Das ist auch ein Unterschied zum G3. Da hatten wir 52 Volt und 18 Amperestunden. Aber der G4 wirkt natürlich schon mal ein bisschen größer und erwachsener. Und auch die Federung gefällt mir an der Stelle schon wesentlich besser. Und die Tatsache, dass wir ein Zündschloss haben. Sprich, dass nicht jeder sofort mit unserem G4 losstarten kann. Wir gehen mal kurz auf die wichtigsten Eckdaten ein und dann geht es für uns gemeinsam aufs Tempelhofer Feld. Und dann probieren wir den G4 mal aus. Aktuell kostet der G4 auf der Webseite des Herstellers 842 Euro. Ihr dürft diesen leider nicht im öffentlichen Straßenraum nutzen. Müsst euch also passendes Privatgelände nutzen. Falls der ein oder andere Flughafengelände vor der Tür hat, der hat dann wiederum Glück gehabt. Das Gewicht beträgt ca. 40 kg und die maximale Zuladung 120 kg. Die G4 hat auf jeden Fall schon mal eine krasse Optik. Im Vergleich auch zum G3 wirkt das Ganze natürlich größer und nochmal ein bisschen dynamischer. Vor allem mit den Federelementen vorne und hinten, die herausstehenden Schrauben. Das ist jetzt Geschmackssache. Ich finde es wiederum ganz gut. Hier scheint auch die Verarbeitungsqualität zu stimmen, auch vom Deck. Die Bodenfreiheit ist wirklich ordentlich und das ist ja auch wichtig, gerade wenn wir ins Gelände gehen. Gelände soll halt allerdings nicht der Fokus sein, sondern eher die Höchstgeschwindigkeit. Wir haben eine 11 Zoll Tubeless-Bereifung. Das Ganze mit einem Straßenprofil. 140er Bremsscheiben, eine mechanische Bremsanlage vorne und hinten. Das finde ich ein bisschen schade. Eine Hydraulik hätte ich mir schon gewünscht, vor allem bei der Power. 2000 Watt, Höchstgeschwindigkeit 60-70 kmh. Mal schauen, ob wir die wirklich erreichen. Und mal schauen, ob wir dann auch sicher zum Stehen kommen mit der Bremse. Unsere Scherenfederung vorne sieht echt massiv aus. Wird hier noch unterstützt durch ein mechanisches Federelement. Und zusätzlich hat man das Ganze hier innen nochmal doppelt verkleidet, also gegenseitig nochmal verschraubt. Um hier noch mehr Stabilität zu produzieren, was auch wichtig ist, vor allem wenn wir höhere Geschwindigkeiten erzielen. Hinten finden wir jetzt unseren Brushless Rattenabendmotor. 60 Volt, 2000 Watt, Höchstgeschwindigkeit 60-70 kmh. Wir werden sehen, wie schnell der G4 tatsächlich ist. GPS gemessen. 140er Bremsscheiben. Dann unseren mechanischen Bremssattel. Da hatte ich ja gerade eben schon was zu gesagt. Unser Schutzblech macht Sinn, aber eine Verlängerung wäre irgendwie besser gewesen, gerade wenn man mal durchs Gelände modden. Denn ihr seht schon, dass wir eben auch hier wieder dieses mechanische Federelement haben, was natürlich praktisch ist. Aber wenn du jetzt natürlich den ganzen Dreck reinholst, moddest du alles voll, dann musst du natürlich gucken, dass du den ganzen Dreck da wieder rausbekommst. LED-Rücklicht mit Bremssichtfunktion und Blinkerfunktion sind auch mit am Start. Gummiertes Trittbrett mit den Schriftzügen. Darunter befindet sich jetzt unsere Leistungselektronik. Unser Akku 60 Volt, 20 Amperestunden. Reichweite, keine Ahnung, hängt man davon ab, wie sehr ihr nachher am Daumengas hängt. Hinten nochmal die Abstellfläche für die Füße, um ein bisschen mehr Dynamik aufzunehmen. Die Verarbeitungsqualität von dem G4 ist auch um Längen besser als beim G3. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, werde ich euch das Ganze nochmal verlinken. Hier glaube ich auch, dass ich mich auch ein bisschen wohler fühlen werde mit meiner Schuhgröße 46 und generell auch mit meiner Körperstatur und auch Größe. Klappmechanismus wie beim G3. Drücken, ziehen und dann könnt ihr die Längsäule umlegen. Diese sieht auch aus wie bei dem Urbeta E-Scooter, den wir vor ein paar Monaten erst getestet haben. Genauso wie vorne Frontschild, LED-Scheinwerfer mit Blinkern. Ist ja ganz nett gedacht, aber in Deutschland eh nicht zulässig. Praktisches Gimmick beim G4 im Vergleich zum G3. Zündschloss rechts an der Längsäule. Das finde ich gut. Damit macht man es den langen Fingern schwer und man verhindert natürlich, dass vielleicht Freunde, Familie und Bekannte auch dumme Ideen kommen und der Meinung sind, die müssten mal eine Runde mit dem G4 drehen. Obwohl man das vielleicht gar nicht will oder der eine oder andere das gerne mal unterschätzt. Lenker, Display ist jetzt alles wie beim G3. Kleiner Hinweis, passt ein bisschen hier mit dem Daumengas auf. Ich hatte ja das Problem beim G3, dass die Feder beim Daumengas einfach mal rausgesprungen ist. Und dann muss ich das ganze Teil auseinanderbauen und wieder zusammenfriemeln. Also nicht zu doll drücken, ganz wichtig. An die Bremse kommt man gut ran. Die Griffe sind gummiert, passt. Dann haben wir hier unser Display mit Touchscreen. Ihr könnt hier also alles direkt wechseln. Man sieht ja schon, dass ich hier schon raufgetoucht habe. Aber mit Doppelklick könnte man jetzt auch die Fahrstufe wechseln. Das ist jetzt eigentlich das Einzige, was mich interessiert. Geschwindigkeit, Akkustand, leider keine Akku-Prozentanzeige. Aber shit happen, was soll's. Und links haben wir dann noch unseren Blinker. Unsere Hupe, die befindet sich hier auch oben direkt im Display. Und an die Bremse kommt man gut ran. Und Lenkergriff ist auch okay. Entscheidend ist für mich nachher auch die Ergonomie. Ich hatte ja beim G3 ein bisschen gemeckert gehabt, dass die Lenksäule ein bisschen zu steil war und dass ich eigentlich schon fast mit der Hüfte gelenkt habe. Und dass es für meine Größe nicht ganz so ergonomisch war und ich mich eher unwohl gefühlt habe. Deswegen wird's echt interessant, wie wird's heute mit dem G4. Er ist jetzt auch nicht der leichteste mit gut 40 Kilogramm. Schauen wir jetzt erstmal, dass wir das Ganze ins Auto buckeln. Sieht auf den ersten Blick aber viel, viel hochwertiger verarbeitet aus als der vergleichbare G3. Und wir haben auch mehr Power, eine höhere Spannungsleistung, einen größeren Akku. Das spricht eigentlich alles dafür, dass wir heute eine ganze Menge Spaß haben sollten. Also Höchstgeschwindigkeit, Kukirin G4. Wir sehen uns gleich auf dem Tempelhofer Feld wieder. Komm, ich geb schon mal Vollgas und guck mal, was der Roller jetzt bringt, wenn ich nicht draufstehe. Knapp 80, also wenn wir dann 60, 65 schaffen sollten, wäre das schon richtig, richtig gut. Ja, Freunde, Ankunft auf dem Tempelhofer Feld mit dem Kukirin G4 und dem VMAX Xtreme. Und Fabi ist ja auch extrem leicht, also auf jeden Fall die Hälfte von mir. Deswegen glaube ich, ist das schon ein faires Rennen, wenn wir mal direkt damit anfangen, einmal die Beschleunigung zu testen in allen drei Fahrstufen. Und wir checken mal direkt im Vergleich den G4 mit 60 Volt und 2000 Watt gegen dein VMAX VX2 Xtreme mit 48 Volt, 500 Watt und 1600 Watt in der Peak. 3, 2, 1, go. Boah, ey, keine Sorgen. Keine Sorgen. Der Kukirin G4 jetzt hier in Fahrstufe 1, da passiert überhaupt nichts hier. 20 kmh, da petten mir ja das Ei erinnert, das gibt es ja gar nicht. Stopp, 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 stopp. Okay, dann gehe ich jetzt mal auf Sport. 20 kmh übrigens gerade GPS gemessen. 3, 2, 1, go. Ah, ah, erst hinten rum würde ich ihn wieder kriegen. Jetzt waren wir fast gleich auf. Klar hätte ich dich jetzt bei 23, 24 kmh platt gemacht, aber rein von der Beschleunigung bist du in Fahrstufe 1 immer noch ein bisschen besser als ich. Ich habe jetzt 60 Volt, 2000 Watt. Ich muss dich jetzt eigentlich verbrennen, das geht eigentlich gar nicht anders. Wir machen nur Zero-Start, du durfst nicht ankicken. 3, 2, 1. Ey, das gibt es nicht. Ey, guck dir das doch mal an, rein von der Beschleunigung, keine Chance. Hinten rum würde ich dich ein. Stopp, 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 stopp. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal, ich will es einfach nochmal wissen. 3, 2, 1, go. Stopp, 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 stopp. Nochmal. Der kommt nicht aus dem Arsch, das ist das Problem. 3, 2, 1, go. Jetzt hättest du mich platt gemacht mit dem. Du gehst mal bitte nochmal in Fahrstufe 1. 3, 2, 1, go. Ey, keine Chance. Keine Chance, aber dein Gewicht ist auch entscheidend. Aber hintenrum würde ich dich sofort alle machen. Halt mal natürlich nochmal fest, der ist auch schwerer, ich bin schwerer. Du bist jetzt leichter, aber es ist schon krass, wie der VMAX auf jeden Fall mithalten kann und den Kukirin untenrum richtig platt macht. Da fehlt mir so ein bisschen der Punch. Aber hintenrum muss ja jetzt ein bisschen was passieren. Deswegen fahren wir jetzt nochmal alle drei Fahrstufen aus und gucken mal, wie schnell ist der G4 tatsächlich. Und ich muss sagen, bis hierher, rein von der Ergonomie her, den G4 zehnmal besser wie den G3. Lenkerhöhe, Lenkerbreite. Lenkerbreiter ist ja fast leicht. Aber der Lenker ist nicht ganz so steil in meine Richtung geneigt. Und ich finde auch, dass das Abstellen von meinem rechten Fuß sich hier viel besser gestaltet. Was mir noch nicht so gut gefällt, ist hier die Lenkung. Ich finde auch, gerade bei höheren Geschwindigkeiten sollte man ruhig einen Lenkungsdämpfer verbauen. Angegeben ist er ja, wie gesagt, mit 70 kmh. Erstmal schauen, was wir jetzt in Eco schaffen. Und Feuer. Feuer. Ich laufe ich doch. Das lohnt sich, was gar nicht aufzuzeichnen hier. Und ey, wir haben dieses Mal keine 20% Tachoabweichung. 15,15. Okay, so, dann geht es weiter mit Sport. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass man den ein bisschen entschärft hat. Dann kommt der vorne nicht so schnell hoch wie der Vimax. 32, 33 kmh. Hier ist jetzt der Tachowert doch recht genau. 34 sehe ich auf dem Display. 33 lese ich jetzt GPS gemessen. Teilweise sogar 34. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, weil es ist extrem windig heute. Jetzt sind wir hier an der Ausgangsposition und können mit Doppelklick direkt in Race wechseln. Und das, was wir jetzt vorhaben, wir wollen uns jetzt hier natürlich die kleinen Scherber mal schnappen. In dem Fall ballern jetzt an denen vorbei. Schönen Race. 35, 37, 38 kmh. Ja, Jungs, da geht noch ein bisschen was. 45 mit 70 kmh ist der Roller angegeben. Also jetzt brettert der hier ordentlich lang. 49, 51, lange gerade. 58, 60, jawohl. 60. 60? Ich hätte eigentlich mit 65 gerechnet. Ich hatte mit 65 gerechnet. Und ich finde auch, dass der Roller vorne, was die Scherenfederung und Längsrolle betrifft, echt instabil unterwegs ist. Echt instabil. Ich gebe nochmal Vollgas. In die andere Richtung haben wir jetzt nochmal Gegenwind. Ich platziere meinen Fuß nach hinten sauber, sodass ich eine vernünftige und stabile Position habe. Das ist schon mal ganz wichtig. Aber jetzt mit dem Gegenwind. Ja, 40 kmh. 41 kmh. Da kannst du mal sehen, was das ausmacht. 48, 44. Also das sind jetzt 10% Tachoabweichung, die wir jetzt hier haben. Wir werden jetzt noch einmal durchbeschleunigen. Wir machen jetzt nochmal einen fliegenden Start. 33, 35, 37 kmh. Jetzt ballert es. Jetzt ist auch wichtig, dass wir halt eben stabil bleiben, damit wir uns hier nicht wegmaulen. 60 kmh. GPS gemessen. Hatten wir ja gerade schon auf der Uhr. Aber ich denke mal, 60 kmh ist hier heute auch das höchste der Gefühle. Vielleicht holen wir da noch 1 kmh raus. Aber mehr wird es dann eben auch nicht werden. Man muss da ein bisschen aufbauen. 62 kmh. Und jawohl. Das war es dann aber auch. Da geht einem schon ein bisschen die Muffe. Freunde, da geht einem ein bisschen die Muffe, weil der Roller vorne so instabil wird und sich nicht gut handeln lässt und auch nicht gut lenken lässt. Das funktioniert bis 40 kmh. Ganz okay. Aber danach muss ich sagen, dann zittern auch mir die Knie. Aber aus der Erfahrung heraus, der letzten 1.000 Videos, die wir bereits gedreht haben, hat er schon Dampf. Aber ihm fehlt untenrum auf jeden Fall ein bisschen der Punch und der Druck. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir den VMAX VX2 extrem locker nass machen. Aber weit gefehlt. Aber in Summe 62 kmh GPS gemessen. Alter Schwede. Mit dem werde ich jetzt nicht ins Gelände gehen. Ich gehe mit dem deswegen nicht ins Gelände, auch wenn das vielleicht könnte, weil mir das vorne in der Lenkung, bin ich auch ganz ehrlich, zu schwammig ist. Meins ist es persönlich nicht. Macht Laune unter 1.000 Euro. Keine Frage. Das war's. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Gerne auch den Kanal mitgliedschaft. Ansonsten lasst uns diskutieren. Lasst uns diskutieren über den G3 und über den G4, der mir auf jeden Fall viel, viel besser gefallen hat wie der G3. Und dann bin ich mal gespannt, was eure Erfahrungswerte mit diesen Fahrzeugen sind. A Pier Gast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.